Ja, heute machen wir Fotos für diesen wunderschönen M3-Flyer und zwar haben wir uns überlegt, dass wir für dieses Oldschool-Bild hier ein neues Foto machen und dazu ist der Felix heute mal wieder hier, macht für uns wunderschöne Fotos und wir sind gespannt, was dabei auskommt. Das ist ein Strahler, der hinter die Kamera rein strahlt. Wir wollen den Weg machen, dass einer den Fuß draufkommt. Ich kommt vielleicht von der Sache drauf. Können wir da noch ein bisschen weißigste Annahmerungen? Ja. Ich würde hier nämlich dann gar nicht auf die Box oben drauf stehen. Ihr müsst ja nicht so einfach so wie als würde ich an mir sitzen oder unterhalten. Das geht ja auch. Fertig. Ende. Ende. Cut. Finish. Ende. Over. Over and out.